Die bürgern sich so Dummheiten ein. Wenn du das nicht so und so machst, dann kann Gott nicht handeln. Alter, es gibt schon Anleitungen, wie man beten könnte. Aber im Notfall hast du einfach noch Hilfe. Ich hätte noch viele Geschichten zum Erzählen. Müsst du uns noch Geschichten erzählen? Nein, nein. Heute Märchenstunde zu tun. Servus und grüß Gott bei Profundum, wo wir uns mit der Höhe, Breite, Tiefe und Länge des historischen christlichen Glaubens auseinandersetzen wollen. Und ich habe die riesige Freude, mit meinem guten Freund Gernot Karhofer von der Vignette in Innsbruck, Vignette Österreich, zusammenzusitzen. Zum zweiten Mal jetzt. Und das Thema vom letzten Mal zu vertiefen. Wir haben letztes Mal über Wunder geredet, Dinge, die du erlebt hast, Dinge, die wir von der Bibel sehen, wie wir das einordnen können. Auch schwierige Fragen, wo wir sagen, das wissen wir jetzt auch nicht genau, wie es funktioniert. Und da wäre jetzt meine Frage an dich, dass man mal einstellt, weil du hast ja geendet mit dem ganzen Thema, naja, also der Sinn der Sache ist nicht, dass Druck aufgebaut wird. Der Sinn der Sache ist nicht, dass wir sagen, boah, Gott würde dich heilen und dann gehst du weg mit einem schlechten Gewissen und du denkst, boah, aber warum hat mich Gott jetzt nicht geheilt? Und das ist auch von diesem Management von Erwartungshaltungen gesprochen. Und ich würde gerne mit einer Q&A-Frage anfangen und schon mal ein bisschen vorausgreifen, wo ich denke, wo du hingehst damit und dann dich das noch ein bisschen ergären lassen. Bin ich so durchschaubar, dass du denkst, dass du weißt, wo ich hingehe? Das probiert meine Frau, wenn man mir zeigt, was ich denke. Jetzt habe ich da nächste. Und was kommt raus? Hat sie meistens recht? Nein. Schauen wir mal, ob ich dich besser kenne, als deine Frau, die ich kennengelernt habe. Schauen wir mal. Wenn du die Frage im Q&A war, gibt es ein Wunder, dass deine Perspektive von Gott komplett verändert hat? Und bevor du die Frage beantwortest, meine persönliche Gernot-Karhofer-Story, wo ich dich ein bisschen versuche zu prädikten, ist, was mir extrem taugt ist, da haben wir mal plaudert gehabt, ihr macht das ja in der Gemeinde, als Gemeindepraxis, dass ihr eigentlich nach jedem Gottesdienst Gebet anbietet für Menschen und du das aber immer auch so framest, dass du sagst, hey, wir beten, wenn wir glauben, Gott kann was tun, aber es ist weder ein Versprechen, dass Gott immer was tut, noch ist das quasi erdruckt, wenn du richtig ein Christ wärst, dann wird es passieren oder sonst was. Und dann hast du mir mal was erzählt, wo du gesagt hast, was dich irritiert ist, wenn Leute ein Zeugnis erzählen, wo Gott Wunder tut oder Heilung schenkt, was auch immer macht, und man dann sagt, hey, ist Gott nicht gut? Wo du gesagt hast zu mir, naja, Gott wäre auch gut, wenn es nicht passiert wäre. Und es einfach nur von Connect-Sale, dass es deine Sichtweise komplett verändert hat. Also es kann natürlich sein, dass du auch solche Storys hast, aber ich glaube, diese Basic-Wahrheiten, die wir haben von der Bibel oder Überzeugungen, die wir haben von der Bibel, die sollten ja nicht abhängig sein von sowas. Oder wie siehst du das? Also ich glaube generell, dass die Erfahrung, die man mit Gott macht, hat schon ein bisschen einen Einfluss auch in der Beziehung zu Gott, weil ich einfach merke, dass Gott auf mich reagiert. Also wenn ich jetzt einfach drei Jahre lang gegen eine Wand bete, ist es einfach schwierig. Es ist mir auch schon passiert, dass ich gebetet habe, Zeit mit Gott verbringen wollte, und ich habe null Feedback gekriegt. Das, glaube ich, passiert uns jedem. Wäre komisch, wenn es nicht so wäre. Also ich empfinde es zumindest so. Und muss ich korrigieren, ich mache nicht einen Aufruf, weil Gott was tun kann, weil ich bin überzeugt, dass Gott was tun will. Also das ist wirklich das Können, das ist nicht die Frage, sondern ich bin überzeugt davon, dass wenn wir beten, dass Gott was tun will, er kann, ja klar kann er, also das stellt sich die Frage, er will. Und dann gehe ich noch vor, weil ich weiß, Gott will was tun. Und ich habe das tatsächlich bei uns öfters im Gottesdienst schon gemacht, dass wenn Leute was Tolles mit Gott erlebt haben, und dann diese Frage, ist Gott nicht gut, ich wirklich ganz bewusst danach gesagt habe, Gott wäre auch gut gewesen, oder Gott ist Gott, auch wenn nichts passiert wäre. Das hat mit seinem Charakter zu tun. Und was ja auch oft passiert, ist, dass Leute es gut und Güte miteinander verwechseln. Gott ist gut und ich bin Güter, oder keine Ahnung. Also Gott ist gut und Gott ist gütig. Gut und gütig, muss man mal nachlesen, das sind zwar ein paar Schuhe, und Gott ist gut. Also erlebe ich ihn. Egal, was passiert, Gott ist gut. Und wenn wir das nur raushängen, wenn wir Heilung erleben, oder ein Wunder passiert, ist Gott nicht gut, nachher implizieren wir, dass Gott eben nicht gut wäre, wenn es nicht passiert. Und das ist meiner Meinung nach absolut falsch. Und da sind gerade charismatische Gemeinden sehr damit konfrontiert, weil immer nur dann, Gott ist gut, wird rausgeschrieben, wenn sie von Wundern erzählen. Man muss das ein bisschen hinterfragen, meiner Meinung nach. Und meine Sicht auf Gott, das war eine Frage, die du mir ja zum Glück schon geschickt hast, und ich habe echt darüber nachgedacht, meine Sicht auf Gott hat sich nicht wirklich verändert, sondern es ist die Beziehung vertrauenswege geworden, weil ich merke, Gott reagiert auf mein Gebet. Also ich glaube schlecht, also es wäre schon schwierig, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt 43 Jahre, wie bin ich, 57 bin ich, 44 Jahre Christ, und Gott hätte kein einziges Gebet erhört, dann wäre die Beziehung schon sehr einseitig, jetzt von meiner Seite her. Und da kommen wir wieder zum Pulten, und dann wäre es schwierig zu sagen, ja, nein, klar, die Naiven, die erleben es, ich bin halt gescheit dazu, oder so, keine Ahnung. Also es ist schon was, wo ich sage, wohl, wohl, also ich habe meine Sicht auf Gott so fein, dass ich weiß, er reagiert auf mich, aber ich habe ihn deswegen nicht lieber, weil dann waren wir wieder in diesem Ganzen, wenn er etwas tut, dann habe ich ihn lieber, und ich habe ihn nicht lieber, also das funktioniert ja so nicht. Voll. Was, ob das jetzt befriedigend ist? Nein, nein, absolut. Hattest du gedacht, dass ich da hinwollte, meine ich lieber? Ich habe gedacht, dass du da hin willst. Das kann ich sicher sein. Super. Du siehst ja zumindest viel Freude miteinander immer. Ich wollte auf das hinaus, weil ich finde, das ist wichtig, weil es ja ganz, ganz viel zusammenhängt mit Erwartungshaltungen einfach, und du hast jetzt auch was gesagt, was ich eben ganz spannend finde, und du hast gesagt, er will heilen. Also er kann auf jeden Fall, und er will auf jeden Fall, das ist so deine Aussage, oder? Beziehungsweise er will Wunder tun. Beschränkt man es nicht auf Heilung. Er will wirken, er will Wunder tun. Er will eingreifen. Ja, was er das Problem schafft, und die einfache Antwort wäre, ich weiß es nicht, aber wir wollen wir ein bisschen tiefer heute graben, gerne hoffentlich, ist zu sagen, wie gehen wir jetzt mit der Situation um, wo es eben nicht passiert. Wenn wir jetzt quasi so wie eine Checkliste machen, und sagen quasi, auf der einen Seite steht Gott, und auf der anderen Seite stehe ich, und das ist quasi, Gott will heilen, ja, Gott kann heilen, oder ein Wunder tun, oder was auch immer, und bei mir passiert es nicht, da ist eine Fehlstelle, da ist die Frage, wo ist das Problem? Und die Tendenz ist ja dann, dass wir sagen, okay, entweder wir schreiben Gott so, er aus dem Grund kann das nicht, oder aus dem Grund will er es nicht, also du bist ja ausgeschlossen, oder in der Gegenposition, und das sehe ich ganz, ganz oft bei Leuten, ist es zu sagen, ach, vielleicht ist was mit mir falsch, vielleicht habe ich nicht genug Glaube gehabt, vielleicht hat der, der gebetet hat nicht genug Glaube gehabt, vielleicht gibt es da besondere Salbungen, wo, da gibt es diese sieben Auserwählten Gottes, die heilen können, alle anderen können es nicht, und dann müssen wir zu dem Medizinmann hinbilligern, die Leute heilen kann, oder Gott liebt mich nicht, also also Gott will heilen, aber halt nur seine Auserwählten, und ich bin halt keiner von seinen Auserwählten, da gibt es ganz, ganz viele pastorale Probleme, die sich da ergeben. Ich hoffe, du gibst mehr als ein, ich weiß es nicht, wie gehen wir mit dieser Situation um, weil das ja auch für viele Leute sehr belastend ist, und das letztes Mal am Ende auch gesprochen davon, dass du willst, dass jemand gesegnet weggeht, mit einem guten Gefühl weggeht, und das Gefühl hat, hey Gott ist für mich, was auch immer da jetzt rauskommt, genau, was tun wir? Ja, ich weiß nicht, auf Gefühle verlassen, ist halt verlassen, nein, was willst du? Nein, das ist schon, mein pastoraler Ansatz ist sehr überschaubar, aber das ist schon das, was ich auch erlebe, dass Leute frustriert sind, wenn sie eine gewisse Erwartungshaltung haben, die wird enttäuscht, das ist ja ganz normal, also ich glaube, da muss man nicht schönreden, wenn jemand krank ist, und nicht geheilt wird, und weiß, er muss sich damit abfinden, dass er wahrscheinlich an Krebs sterben wird, drei Kinder hinterlassen, dass das jetzt, also kein Jubelschrei loslässt, da brauche ich jetzt kein Quantenphysiker sein, und keine Raketenentscheidung, also ist schon klar, haben wir natürlich auch erlebt, und die Frage ist, wie geht man mit der Situation um, und ich denke, ein Ansatz ist, also die Bibel fährt uns aus, dass wir unauflässig beten, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt für mich, dass wir wirklich im Gebet dranbleiben, und weiterbeten, das zweite ist, natürlich hat das auch manchmal mit mir zu tun, dass ich Gott das gar nicht zutraue, also es ist schon auch manchmal die Herausforderung, glaube ich, dass Gott heilt, also wenn du jetzt krank bist, und du sagst, kannst du für mich beten um Heilung, dann muss ich dich fragen, glaubst du überhaupt, dass Gott heilt, das ist einmal eine Grundfrage, weil wenn du sagst, nein, eigentlich nicht, dann haben wir beide ein Problem, weil warum soll ich noch beten, wenn du eigentlich gar nicht glaubst, dass Gott heilt, also das ist schon manchmal, ein bisschen schwierig, dann kann es sein, zum Beispiel jemand, jemand haben wir jetzt auch schon gehabt, raucht und raucht und raucht und raucht, und hat ein Lungenproblem, tja, und jetzt bete ich für eine Heilung, der raucht weiter, weil er ein Lungenproblem hat, da wird es eng, wird es einfach eng, oder jemand hat Blutdruckprobleme, und trinkt halt jeden Tag eine Flasche Whisky, und sagt, kommst du mir am Sonntag, kannst du für einen Blutdruck beten, das ist meine Frage, möchtest du nicht einmal mit Alkohol aufhören, also es hat schon, es ist mehr als wir nur, Gott will nicht, sondern es geht mehr, gibt es Umstände tatsächlich, die mich beeinflussen, oder, das ist keine Malle, diese selbsterfüllenden Prophetien, wenn das Fenster offen ist, dann wäre ich krank, dann brauche ich jetzt kein Quanten, das ist so, habe ich in meiner Jüngerschaft schon erlebt, oder, ich habe über Jahre eine Stirnhöhleneiterung gehabt, immer im Februar, März, und ich war in der Jüngerschaftsschule, und denke mir so, boah, scheiße, jetzt kommt wieder Februar, jetzt kriege ich sicher wieder Stirnhöhleneiterung, und jemand kommt zu mir und sagt, darf ich das im Namen Jesu brechen über dir, du redest dir das ein, und seitdem habe ich das nicht mehr, also tatsächlich, ich habe über Jahre, ich habe Schlosser gelernt, und immer im Februar war das so, wir haben draußen gearbeitet, auf Baustellen, es war Zugluft, und ich habe Stirnhöhleneiterung gehabt, also immer wieder, und da war für mich ganz klar, wenn Februar kommt, habe ich Stirnhöhleneiterung, das war so, es passiert, und in der Jüngerschaftsschule, ist jemand gekommen, der das mitkriegt, und da ist mir das mal aufgefallen, wie viele Blödheiten man sich eigentlich schon einredet, oder, ein anderes Beispiel, wir haben jetzt für eine junge Frau gebetet, die Knieprobleme, und der erste Eindruck, den ich gehabt habe, war, ist das Problem mit deiner Familie, und sie sagt mir, ja, meine Mama hat das Gleiche, und du hast vorhin das Video, die nachher kurz gehört, weil der Mann von ihr sagt, die Hauptschmerzen sind weg, aber wir sind noch dran, da gibt es noch was anderes, also manchmal sind es auch Prozesse, mit Heilung, und wie gesagt, ein guter Freund von mir, der liegt jetzt mit Leukämie im Krankenhaus, und das betrifft mich wirklich, also ich habe das vor kurzem, vorhin gesagt, mir sind fast die Tränen gekommen, weil der Frau hat eine Tochter, ich weiß, Gott kann ihn heilen, ich weiß von meinem Empfinden, Gott will ihn heilen, aber jetzt muss man, vielleicht ist das jetzt ein blöder Ansatz, aber es ist nicht das Schlimmste, für einen Christen zu sterben, es ist das Schlimmste, für einen Nichtchristen verloren zu gehen, ich glaube, wir haben da manchmal auf Heilung, wir hacken da viel zu sehr herum, dass wenn es nicht passiert, er mich nicht liebt, und bla bla bla, die Bibel sagt ganz klar, wenn wir in die Ewigkeit eingehen, da wird es keinen Schmerz, kein Leid und kein Geschrei geben, also in der Ewigkeit sind wir geheilt, aber warum es bei uns manchmal nicht passiert, so wie wir es bei der ersten Episode darüber geredet haben, dass Gott mich geheilt hat, und nicht geheilt hat, und ich habe später das gleiche wieder, die Annette betet eigentlich das gleiche, ich bitte Gott heilt mich, ich kann das wirklich nicht erklären, ich kann das nicht erklären, das ist jetzt was, wo ich manchmal einfach auch selber anstehe, und dann auch Gott frage, warum, ich habe jetzt noch nicht die clevere Antwort, aber es hat Familiengeschichte, es hat so, wie gesagt, selbsterfüllende Prophetien, Leute glauben gar nicht, dass Gott heilt, Leute haben einen schlechten Lebensstil, also es gibt ganz, ganz viele Komponenten, die einfach manchmal zusammenkommen, aber dass, wenn eine Mutter mit drei Kindern über Nacht plötzlich, und das ist passiert, ich kenne jemanden, junge Familie, die Mutter fällt tot um, drei kleine Kinder, Gehirnstau, also da, 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 da hackt es mir komplett aus, Entschuldigung, da hackt es mir wirklich komplett aus, wenn man sagt, also das verstehe ich nicht, und das ist, muss man, ich weiß schon, das ist, ich weiß es nicht, das ist nicht die Antwort, die du hören willst, aber es gibt schon manchmal die Sachen, man sagt, da stehe ich an, da stehe ich jetzt wirklich an, weil wir haben gebetet, wir haben gefastet vielleicht sogar, Gott lasse ich nicht den Arm um mir dran, aber wir haben gefastet, wir haben gebetet, wir haben ihn gefragt, wir haben Glauben gehabt, und manchmal verwechseln wir, glaube ich, auch das, vielleicht ein blöds Beispiel ist, aber ein Bekannter von mir, kommt zu mir, von einer anderen Gemeinde, und sagt, ich habe gerne, ich habe nächste Woche eine Gerichtsverhandlung, und ich habe drei prophetische Worte gekriegt, Gott wird mir, also, ich werde freigesprochen, und er kommt am Dienst und heulend zu mir, und sagt, ich bin verurteilt worden, obwohl ich prophetische Worte gehabt habe, dass er freigesprochen werde, und er wollte sich wirklich von Gott abwenden, und dann haben wir darüber geredet, und gesagt, weißt du, Menschen verkennen manchmal gute Gedanken, gute Ideen, Wünsche, mit dem, was Gott sagt, also, das ist Geistunterscheidung, was sagt Gott, was hätte ich gern, dass er gesagt, also, ich denke, dass wir da, einfach immer noch sehr, am Limit sind zu hören, was will Gott wirklich sagen, oder ich wünsche, dass das freigesprochen werde, und dann sage ich, und dann verkaufe ich es vielleicht noch christlich, weil es gut klingt, ich habe den Eindruck, und du wirst dort freigesprochen werden, und dann wirst du aber verurteilt, wem sei Schuld ist das, ich meine, ich kann es immer Gott in die Schuld schieben, die Schuld, tatsächlich, und wir leben in einer gefallenen Welt, wo es Sünde gibt, und wo es Krankheit gibt, und wir leben in einer Welt, wo das Reich Gottes jetzt da ist, und noch nicht da ist, und das ist, glaube ich, die Spannung, die wir manchmal einfach aushalten müssen, mit dem Jetzt und noch nicht, das ist, da war, auf den Punkt kommen wir dann vielleicht noch mit der Gegenwart Gottes, wo wir schon Sachen erlebt haben, wo Leute schmerzfrei sind, und, 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 und gehen raus und merken, die Schmerzen sind wieder da, und es ist keine Heilung passiert, sondern nur die Gegenwart Gottes gespürt, und da, glaube ich, da ist es manchmal nicht so einfach. Voll, du hast gerade mehrere Fässer aufgemacht, die ich dich nachschauen möchte, was da dahinter ist. Fässer. Und was ich da spannend finde, ist ja, dass das Neue Testament, das Wort Wunder, gar nicht verwendet. Also es gäbe ein Wort für Wunderhandeln, das Neue Testament verwendet, also die Evangelien verwendet, was durchgehend das Wort Zeichen. Weil es ja ein Zeichen ist, das, was worauf hinweist, nämlich auf etwas, was größer ist, was quasi, das ist kein Ultimatives. Und C.S. Lewis in Miracles macht diese schöne Unterscheidung für mich, Wunder der alten Ordnung, Wunder der, also Wunder der alten Schöpfung, Wunder der neuen Schöpfung. Wunder der alten Schöpfung wären zum Beispiel Lazarus oder ein Blinder wird geheilt. Also ein Blinder wird geheilt, das ist großartig, das macht einen Riesenunterschied für den. Gott sei Dank, oder ein Gelähmter wird geheilt oder Lazarus ist tot und ist wieder lebendig. Und C.S. Lewis sagt das in Wunder der alten Schöpfung, wo der alte Körper wiederhergestellt wird, was ja auch großartig ist, was einen Riesenunterschied macht. Aber, sagt C.S. Lewis, der Blinde, der Gelähmte und der Lazarus, die werden wieder krank werden und wieder irgendwann sterben. Also der Fokus muss eigentlich auf die Wunder der neuen Schöpfung sein. Und die Wunder der neuen Schöpfung ist dann, wo quasi, das ist ja auch schon wenn du das Wort Reich Gottes, Reich Gottes hier und jetzt anbricht, nicht nur im quasi, ich sehe in den Vorgeschmack, der quasi das, was jetzt hier ist, heilt, sondern wo schon Himmel hier auf Erde kommt. Also C.S. Lewis nimmt so ein Beispiel, wenn Jesus auf Wasser wandelt, wir werden nicht ertrinken in der neuen Welt, sondern anscheinend ist das möglich, wenn Jesus durch eine Mauer durchgeht. Und ich werde da, und da sind dann oft meine charismatischen Freunde skeptisch bei dem, was ich jetzt sage, schauen wir mal, was du dazu denkst, wo ich sage, ja, ich glaube, dass Gott jedes, also ich glaube nicht, dass Gott will und Gott kann, sondern ich glaube auch, dass Gott immer tut. Indem ich dann quasi diese für mich diese Unterscheidung machen, ja, entweder tut es an der alten Schöpfung, also entweder macht er Wunder in mir, wo ich geheilt werde, wo instant was passiert oder auch nicht instant, aber etwas passiert, jemand wird geheilt und Schmerzen befreien, wie auch immer, oder er kann in mir auch quasi neue Schöpfung anbrechen lassen, indem er mir den Glauben, Hoffnung, die Liebe schenkt, die ich sonst nicht gehabt hätte. Also sagen wir mal, wir hatten ja eben, wir haben auch schon mal darüber geredet gehabt, dass unser Sohn ist ja im ersten Wochen nach der Geburt eben im Spital auf der Intensiv gelegen, weil eben da war Schaden in der Harnleiter und das hat wiederum Schaden für die Nieren ausgelöst gehabt und da waren wir dann eben, ich glaube, so zehn Tage, wo er in diesen Spezialvorrichtung war und dann in diesem Brutkasten gelegen ist. Und wir alle eine Untersuchung gehabt haben, und das war für mich und für meine Frau hat es ja von sehr verzweifeltem Gebet, weil du sitzt da und denkst, okay, von mir kann ich krank werden, damit komme ich durch, das schaffe ich, aber das Kind kann ja wirklich nichts dafür und der kann das auch nicht einordnen. Und das ist alles ja mittlerweile auch sehr, sehr viel geklärter und alles nicht mehr so heiß gegessen, aber was das schon mit mir gemacht hat, das Beten und das Flehen in dieser Station ist, es hat mir einen Perspektivenwechsel gegeben, eben auf diese Ewigkeit hin und es hat mir eine ganz, ganz andere Form von Mitgefühl, Verständnis für die Leute geben, die dort, also da waren ja Eltern, die sind seit 180 Tagen dort, weil das Kind ist zu früh geboren mit einer Krankheit und jetzt seit 180 Tagen kommt der Mutter jeden Tag da rein, ihr Kind besuchen und das Kind liegt da, das hat mir ganz andere, also ganz andere Hoffnung und Glaube geschenkt und auch eine ganz andere Liebe geschenkt. Und man denkt, das ist ja auch ein Wunder von Gott. Willst du das zu relativieren sehen, dann wirst du sagen, stimmt, so könnte man es auch einordnen, dass sagt quasi, Gott will und er kann und er tut es oft in der alten Schöpfung, aber Halleluja, auch wenn er es in der neuen Schöpfung tut. Genau. Für großartige, lange Rede, kurze Geschichte. Ja, ich denke, da ist wiederum der Punkt, grundsätzlich bin ich zutiefst davon überzeugt, dass Gott deinen Sohn heilen will. Ich kann es nicht sagen, wo man es bis jetzt nicht gemacht hat. Ich kann es nicht sagen. Okay? Dass natürlich die, das ist ja oft so, man erlebt was und dann ist man empathischer mit jemand anderem. Wie ich es erzählt habe in der ersten Serie, die Psalme waren für mich absolut nutzlos, bis mein bester Freund tödlich verunglückt ist und der ist nicht wieder zum Leben erweckt. Der hat mich nach drei Tagen erst gefunden und im Uquale ist ein lebendiger Fluss und hat dementsprechend ausgeschaut und plötzlich habe ich die Psalme verstanden. Also plötzlich redet das zu mir und so sind, glaube ich, schon auch Umstände da, die uns manchmal sensibler machen. Natürlich meine, durch die Geburt meiner Kinder, das größte Wunder, wenn ich sage, das ist einfach erstens, dass ich eine Frau gefunden habe und die mich gefunden hat und immer noch bei dir ist. Immer noch bei mir ist. Und das zweite Wunder ist wirklich, wenn du siehst, wie die Kinder auf die Welt kommen, wobei bei mir waren dreimal Kaiserschnitte, also ich war nie bei der Geburt dabei, von dem her kann ich nicht mitreden, aber wie dann die Kinder da sind und so, das ist schon ein Wunder für sich. Macht natürlich dann auch was mit dir, dass du selber Vater bist und dann auch mit anderen Vätern, wenn die Kinder krank werden, wenn was passiert. Und meine Kinder haben auch wirklich schlimme Unfälle gehabt, oder? Oder plötzlich dann, und wo keine Heilung passiert ist. Einer meiner Söhne hat sich die Zähne ausgerissen, schon die zweiten und hat jetzt ein Implantat drinnen. Also das macht was mit einem. Da haben wir gebetet, da ist nichts passiert. Aber ich erwarte, dass Gott ein Wunder tut. Und ich bin immer noch davon überzeugt, wenn Gott eingreift, kann das passieren, dass die Implantate so drinnen sitzen, als wenn wir das eigene Zähne werden. Haben wir von anderen Leuten schon gehört. Also gibt es viele Perspektiven. Und ich würde einfach nicht aufgeben, für Dinge zu beten, einfach weil ich weiß und weil ich eben viele Wunder erlebt habe. Und das für mich, das allergrößte Wunder, das sagt auch die Bibel, ist, wenn Menschen zu Jesus kommen. Das allergrößte Wunder. Da wird eine Partie im Himmel gefeiert. Wenn Menschen sich entscheiden, Jesus nachzufolgen, wird eine Partie im Himmel gefeiert. Das ist das größte Wunder, was es gibt, wenn jemand erkennt, dass er eine Sünde ist und Jesus braucht. Und das ist ja Überführung durch den Heiligen Geist, oder? Und das andere ist einfach für mich trotzdem immer wieder schwierig, weil ich kann das in dem Moment nicht nachempfinden, was du und die Verräter da durchgemacht hast mit einem Junior. Natürlich ist dann mehr Empathie da, aber das wäre jetzt genau das Gleiche. Gott hat das zulassen, wie du empathischer wirst. Das ist für mich Schwachsinn. Das ist für mich Schwachsinn. Genau, das wäre ich das, weil das fände ich furchtbar, so was. Das ist Schwachsinn. Aber es wäre ungefähr das Gleiche, wenn ich sage, ja, nein, ich habe ein tolles Auto und mein jüngster Sohn möchte es sich ausborgen und dem brauche ich jetzt die Bremsen aus, damit er ja weiß, wie sie es ohne Bremsen fahren sind, weil es für Schwachsinn. Also, sondern wir leben in einer gefallenen Welt, wo diese Dinge passieren, wo wir aber nicht wissen, worum es jetzt genau mich trifft. Aber wir leben in einer gefallenen Welt. Aber Gott schickt es jetzt nicht, damit der Gernot Zeilinger und seine liebe Frau Farida endlich wissen, wie Empathie mit anderen Eltern ist, wo die Kinder sind. Das ist übel für mich. Darf ich kurz ein, ich finde das so, 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 so zentral, was du gerade sagst. Und ich möchte, wenn die Zuhörer, also du hast viele gescheiter sagen, wenn sie nichts anderes mitnehmen. Ich halte das für so zentral, dass du, das heißt, du hast gestern, also du sagst, Gott will heilen, Gott kann heilen. Das gibt mir in der Baseline. Weil von allen sagen quasi, Krankheit und Tod sind niemals die Freunde von Gott. Also da ist 1. Korinther 15 ganz, ganz klar, der letzte Feind, der auch noch unter Gottes Sieg für einen Niederlag erlebt, ist der Tod. Und da haben wir in der Auferstellung den Ding gehabt. Und das ist wichtig, Böses nicht erklären. Also ich kann nicht sagen, das wirst du haben, weil du hast das gemacht. Oder Gott wollte bestimmte das und das damit lernen. Also das, dass ich dieses Tun und Ergehen zusammenherst, dieses Verzwecken vom Bösen ist immer etwas Böses, weil Gott nicht will, dass wir krank und geschädigt und sonst was sind. Das ist ja nicht Teil von Gottes Plan in der Welt, würde ich davon ausgehen. Also ich finde das so wichtig, dass du das sagst, also es gibt diesen Tuner-Gen-Zusammenhang zum Wissen gerade, also wir wissen, wenn man raucht, kriegt man potenziell eher Lungenkrebs und wenn du das ganze Leben dann Stress hast, wirst man Angeschwüre kriegen. Und wenn du dich von Fastfoodern näherst, dann wirst du nicht Blatt und wirst nicht Spitzel-Sportler werden. Ich kriege mal sicher böse Nachrichten wegen Fettshaming jetzt gerne, aber da müssen wir durch. Aber es gibt gewisse Sachen, aber da sind ja immer natürliche Tuner-Gen-Zusammenhänge, aber wir können nicht sagen, bestimmt wollte Gott dir diese Krankheit schicken als Strafe für das und das halte ich für sowas Gefährliches und ich bin fasziniert, wie viele Christen diesen Gedanken haben implizit, selbst wenn sie es nicht so aussprechen würden. Ich meine grundsätzlich, wenn ich in Österreich 140er auf der Autobahn fahren muss, also damit rechne, dass ich ein Ticket kriege. 140 geht es meistens noch aus mit den 10 Prozent, oder? Gibt es nicht so einen Spielraum? Beim 100 wäre ich nicht mehr. Aber das ist wirklich jetzt genau das Problem. Wir haben schon Ursache und Wirkung, glaube ich das schon, aber nicht, Gott schickt dir das, um dir was zu lernen. Also da muss ich sagen, dann hätte ich die Bibel echt falsch verstanden vor dem Neuen Testament, weil das Jesus ganz klar gesagt, wenn du den Vater um Brot bittest, würde er dir keinen Steiner geben. Also das ist für mich richtig. Das ist eine Theologie, die ist für mich schwer nachvollziehbar. Aber ich weiß, dass sie herumkreist. Aber wie gesagt, wenn ich jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine Flasche Whisky trinke, muss ich mich mit 50 nicht wundern, wenn ich einen Blutdruck 175, 120 habe. Dass ich das aber haben kann, ohne das zu haben. Ein guter Freund von mir ist an Lungenkrebs gestorben, hat nie geraucht. Ja, ist so. Also das, aber dass der Raucher halt potenziell da gefährdet ist, das ist, glaube ich, eher klar. Voll. Wir haben jetzt viel über, also das, was du da sagst, nimmt dir viel Druck, gibt dir auch Hoffnung. Also du redest ja viel davon, also du willst dir erwarten, du willst dir hoffnungsvoll sein. Also quasi Erwartungsmanagement ist ja nicht zu sagen, jetzt erwarte ich nichts mehr von Gott, sondern ich möchte alles erwarten, aber ich möchte, so verstehe ich dich, diese sicheren Wahrheiten haben, auf denen ich stehe und auf der ich meine Erwartungen aufbaue und nicht quasi blind irgendwo hin erwarten. Und dann hatten wir eine Frage im Q&A und die finde ich wichtig, jetzt in Einleitung, wenn wir jetzt auch rübergehen zu anderen Punkten, nämlich die war im Q&A die Frage bei Instagram, ist die reingekommen, wie betet man richtig für Heilung? Da bin ich komplett der Falsche, weil ich nicht weiß, wenn man richtig betet. Das muss man echt sagen. Also wenn ich mir denke, meine Motivation um Gebet, wie einer meiner Söhne krank war, war, damit ich die Kotze nicht aufwischen muss. Also da war kein richtiges Gebet. Das war richtig übel. Und da habe ich mich echt ein bisschen geschämt dafür, dass die Motivation richtig falsch war. Oder auch wie ich für das Mädel gebetet habe mit den Albträumen. Das Gebet war jetzt nicht gerade der Reißer. Und das war jetzt kein richtiges Gebet. Okay, darf ich da einhaken? Gibt es ein richtiges Beten? Ich glaube, es stört mich an der Frage, nämlich stört es ein bisschen, das schafft es ein bisschen ein Mechanismus. Genau, du musst oben 5 Euro rein und dann kriegst du die Kohle raus. Bei 4,50 Euro kriegst du es nicht. 5 Euro für die Kohle, ein bisschen teuer. Aber egal, irgendwo findet man was. Am Flughafen. Also das ist genau jetzt wieder das, oder? Natürlich hat, wenn wir schon geredet haben, es hat mit Sünde zu tun, hat mit meiner Vorgehensweise und so weiter. Aber das richtige Gebet heißt für mich, ich traue Gott zu, dass er eingreift. Sogar wenn ich eine schlechte Motivation habe. Das ist eine Grundhaltung. Wenn ich bete, dann gehe ich davon aus, dass Gott mich hört. Und ich erlebe das bei meinen Kindern. Meine Kinder fragen mich manchmal was und da ist keine gute Motivation dahinter. Trotzdem kriegen sie Antwort. Also das sehe ich auch bei Gott so. Gott vergleicht sich als Vater. Und wenn ich jetzt ein Vater für meine Kinder bin und schaue, wie meine Kinder manchmal motiviert sind, ich will ihnen ja was Gutes tun. Aber ich reagiere bei meinen Kindern noch dann, wenn sie so und so und so reden, in dem und dem Moment. Herr Papa müssen Sie glaube ich sagen, oder? Herr Papa müssen Sie sagen vorher. Ja, das haben wir früher so gehabt, wie gesagt, wenn die Kinder schreien, muss die Frau gehen. Aber wenn sie sehr geehrter Herr Vater rufen, dann gehe ich. Aber das hat sich leider nie bewahrheitet und hat auch nicht funktioniert. Was man da merken. Nein, aber das ist jetzt wieder genau das. Was ist ein richtiges Gebet? Ich meine, klar, es gibt tatsächlich, das nennt sich Gebet à la carte. Wir haben das einmal so, das ist von der Vignette Speyer, das hat der Reinhard Rebe gesagt, der Pastor, die haben das, so wie wir das natürlich üben, natürlich, die haben so ein bisschen, wie geht man in ein Gebet rein, oder? Klar, man nimmt sich einmal Zeit. Wir machen das zum Beispiel, wenn wir für jemanden beten, es gibt schon Anleitungen, wie man beten könnte, aber im Notfall hast du einfach noch Hilfe. Aber nur als Beispiel, also wenn wir jetzt in der Vignette Innsbruck für jemanden beten und er kommt noch vor ins Ministry Team, dann leiten wir die Leute voran, dass wir nicht die Leute einfach nur bekrappeln, dass wir höflich sind, dass wir die Leute fragen, wie es ihnen geht, dass wir mal fragen, wie sie heißen, dass wir nach dem Anliegen fragen, dass wir schauen, wo stehen sie glaubensmäßig und ein paar so ganz Grundlegendes, aber es hat jetzt nichts damit zu sagen, wenn du das nicht so machst, dann kann Gott nicht eingreifen. Das hat mehr was mit einer Form zu tun, die uns wichtig ist als Gemeinde und auch der Umgang mit den Leuten, wenn wir die Leute wertschätzen wollen und nicht einfach drüber bügeln wollen. Und das ist tatsächlich so, wenn einer meiner Söhne noch vorkommt, zu mir, zum Gebet, frage ich immer, hey, ist es okay, wenn ich die Hand auflege? Das ist mir wichtig. Aber Gott kann nicht heilen und ich will nicht die Hand auflegen, das ist super. Also ich weiß von einer Situation, ich glaube, es war in Kalifornien in einer Gemeinde, da war es im Sommer so, dass die Leute nicht mehr die Hände aufgelegt haben, weil sie so geschwitzt haben. Und plötzlich durfte niemand mehr die Hände auflegen, keiner gewusst, warum. Also Schwachsinn. Also es bürgert sich so Dummheiten ein. Wenn du das nicht so und so machst, dann kann Gott nicht die Hand nehmen. Alter, bekannt auf mir hat neulich gesagt, ja, er braucht in dem Bereich Heilung, aber das richtige Gebet noch nicht gefunden. Das macht mich sprachlos. Das macht mich tatsächlich sprachlos, wenn man denkt, das richtige Gebet noch nicht gefunden. Ich bin raus. Aber das ist für mich eben einer der Grundannahmen in der Frage, die ich eben irritierend finde, eben zu sagen, also wenn ich sage, wie betet man richtig, für was auch immer, eben du hast es mit der Cola-Dose als Beispiel gegeben, das führt ja auch ganz stark zu einem quasi Seelensuchen, wo sie, ah, deswegen hat es nicht funktioniert, weil ich habe nicht richtig gebetet. Oder ich kann, weil zu dem müssen wir alle fahren, wir müssen alle zu dem einen Typen fahren, der dort und dort einen Heilungsgottesdienst anbietet, weil der weiß, wie man richtig betet. Und da bin ich eher skeptisch. Ja, da haben wir zum Beispiel, ich weiß, ich hoffe, wenn das, die Leute sehen, die das machen, die werden wir jetzt nicht lieben, aber es gibt ja diese Heilungsräume. Und wir haben früher bei uns in Innsbruck Heilungsräume gehabt und meine Frau hat das mitgeleitet und die war immer dagegen. Ich habe gesagt, Heilung muss Teil der Gemeinde, das tägliche Leben sein und nicht ausgelagert in irgendeinem Konzept oder Projekt. Ich bin da absolut dagegen. Ich weiß, ein Freund von mir ist in den Heilungsräumen von Krebs geheilt worden. Das ist da in Wien passiert. Wir sind am Schauen, dass wir die Geschichte von ihm kriegen, weil es echt spannend war, wie Gott ihn geheilt hat. War wirklich sehr, sehr cool. War in der Vignette und das finde ich spannend. Aber für mich ist ganz klar, Heilung oder Wunder hat immer für mich mit Gemeinde getan. Sobald ich das auslagere, habe ich immer das Gefühl, ja, das sind die Spezialisten und da bin ich dagegen, weil das ist was, was bei uns in der Vignette ganz wichtig ist und das wäre schon bei uns immer wieder Segen, weil es zu uns in die Gemeinde kommt und bei uns im Gottesdienst ist immer Sonntag um 17 Uhr. In Innsbruck. In Innsbruck, natürlich nicht. Nein, es ist so, dass oft ich leute Leute im Gebet an und dann gehe ich. Weil ich nicht will, dass die Leute eben, es kommen, ja, kannst du noch für mich beten, weil, so geht man, schau da vorne ist das Ministry Team. Ich habe immer, nein, da vorne ist das Ministry, ich bin jetzt einfach raus. Da sind die Leute, die jetzt für die Beten und das ist mir wurscht, ob der ein Jahr gläubig ist oder zehn Tage oder Gott ist der heilt. Gott ist der heilt und wir erleben das und wie gesagt, das mit dem, wie betet man richtig, ich glaube, Aufrichtigkeit ist das Wichtigste. Aufrichtig. Das ist eines vom Wichtigsten, dass ich aufrichtig bete und auch irgendwo erwarte, dass Gott was tut oder ihn auch mal herausfordert. Ich sage, Herr, mach du einfach ein Wunder. Es ist schwierig, wenn ich wohin gehe und sowieso nicht glaube, dass das passiert. Überraschend ist dann, wenn es passiert, haben wir auch schon erlebt, aber das ist ein anderes Thema. Du hast einen dritten Punkt genannt in der allerersten Frage, ich schreibe ja mit, die ganze Zeit gerne. Und zwar war das der Punkt, Dinge christlich verkaufen quasi, also dieses Verkaufen vom Christentum, wo es darum geht, Druck zu erzeugen oder eben auch diese Kritik von dir zu sagen, da braucht es jetzt nicht, um es in den Worten von Paulus im zweiten Korinther zu sagen, irgendwie Superaposteln, die heilen können, sondern das kann, grundsätzlich jeder Christ kann für Heilung beten, weil Gott keine, keine hierarchische Klassengesellschaft hat und nur die, die Level 4 unlockt haben, können dann auch für Heilung beten, sondern das kann maturen. Es ist aber so, dass gerade im Bereich Heilung ja nicht nur diese Druck- und Erwartungshaltung, vielleicht auch geistiger Missbrauch passiert, sondern dass da ja offensichtlich, da kann man ja auf allen möglichen Dokus auch finden, immer wieder Betrugsgeschichten basieren, Geschichten basieren, wo sich Leute bereichern, wo Leute Sachen verkaufen, das ist einer der Grund, Skepsis die Leute der charismatischen Bewegung entgegenbringen, ist ja nicht, der nette Vignette passt davon nebenan, sondern die Geschichten von irgendwelchen Leuten, die offensichtlich reich werden oder mit negativen Absichten oder Macht sich ansammeln, weil sie hier etwas verkaufen, wo es vielleicht mehr wirkt wie, bestell dir jetzt deine Heilung, schick 1000 Dollar ein für das und das. Und ich finde das eben so spannend, eben wenn ihr vom Eingreifen Gottes redet, das findet, das steht eben explizit da, wir erwarten heute das Handeln und Reden Gottes, da haben wir jetzt viel drüber geredet, und dann eben im nächsten Satz, wir verzichten auf Manipulation und Effekthascherei, also dieses spezifische Ausschließen von dem, auch von diesem Nachjagen, also ich war mal in einer charismatischen Gemeinde als Praktikant, wo ich das ganz stark erlebt habe, auch von der Gemeinde, wo so, wir müssen diese Wunder sehen und pushen und pushen und quasi, wenn es noch immer sich keiner gemeldet, dann geht es der Lobpreis noch eine halbe Stunde länger, damit endlich quasi eine Wundergeschichte da ist, damit das da ist. Ihr macht das ja nicht, ihr habt einen sehr gesunden und sehr entspannten Umgang, eben auch im Thema Wartungsmanagement. A, wo hast du das schon gesehen? Also vielleicht A, warum findest du das wichtig? B, wo hast du das gesehen? Und C, wie macht es ihr damit, dass es gut funktioniert? Also ich merkte schon, also ich bin jetzt in ein paar Monaten, in ein paar Wochen bin ich in einer Pfingstgemeinde oder in einer Pfingstgemeinde eingeladen, zu predigen über Heilung. Natürlich ist die Erwartung da, wenn ich dort hingehe und über Heilung predige, dass Heilung passiert. Da ist ein Druck da. Jetzt die Frage ist, wie gehe ich mit dem Druck um? Ist es mir egal? Nein, ist es mir nicht egal, weil ich will, dass Gott wirkt. Und ich war, und es passiert immer wieder, dass Gott wirkt, gerade eine lustige Geschichte, ich war vor allem nicht allzu langer Zeit in einer Gemeinde und ich habe den Eindruck gehabt, da sitzt eine Frau da, die heißt Helga, da waren 120 Leute und ich soll der Frau sagen, Gott sieht dich. Und die denkt man so, ich bin Gast da, das kannst du jetzt nicht bringen, was tue ich denn, wenn keiner da sitzt, die Helga heißt, das ist echt blöd, oder? Und das ist ja bei mir, bei uns in der Gemeinde auch, dass ich einen Eindruck habe und dann sage ich das von vorn und dann reagiert halt keiner, aber die Welt geht ja nicht. Und ich habe einen Versuch gemacht, ich probiere auf Gottes Stimme zu hören und dann habe ich mich halt verhört, ich mache jetzt kein Drama draus. Und dann sage ich das, ich habe den Eindruck, da sitzt eine Frau da, die heißt Helga, ist jemand da, der Helga ist? Da sitzen zwei Frauen, genau, es waren über 120 Leute, genau hintereinander, zweimal. und ich sage, ich habe einen Eindruck, eine von euch beiden, Gott sagt zu dir, ich sehe dich. Und das war es, nichts. Die haben sich, die haben genickt und es war so, okay. Ich war schon mal froh, dass jemand da war und dass die hintereinander, nebeneinander gesessen sind, nicht so, weil dann hätte ich jetzt nicht gewusst, wie ich anreden soll. Also war für mich echt cool, dass das so gewesen ist. Und danach kommt die Frau noch vor und erzählt, sie hat heute in der Früh gebetet und gesagt, ich möchte einmal, dass du mich beim Namen nennst. Und Gott hat mich verwendet dafür. Da ist jetzt keine Manipulation und gar nichts dabei. Ich habe jetzt auch nicht der Frau irgendwas auf den Kopf zugesagt, das war einfach nur, das, was mir wichtig ist, dass Leute, wenn sie in eine Gemeinde gehen, dass sie ermutigt werden. Das ist mir das eine. Und das andere mit Manipulation habe ich eigentlich selber auch schon erlebt, dass Leute mich umschmeißen wollten. Also das erste Mal, das war in die, boah, das war echt, ich glaube, das waren die 80er oder 90er, ich bin schon so alt. Es war Anfang der 90er, ich war in einer Gemeinde gewesen und da hat einer für mich gebetet und hinter mir sind Leute gestanden zum Auffangen und der hat nicht aufgehört und ich mir dachte, weißt du was, ich lasse mich jetzt einfach umfallen. Und dann hat er aufgehört zu beten. Ich finde es unmöglich, dass es ein Erfolgserlebnis sein muss, dass jemand umfallt, wenn gebetet wird. Da war dann noch ein paar lustige Geschichten dazu, aber das war so, das habe ich selber erlebt, wie Manipulation einfach komisch ist und erst wenn ich mich umfallen lasse oder wenn Leute kommen, das ist ja umschmeißen. Das ist jetzt nicht unser Stil. Wir haben das auch erlebt, dass eine Frau zu mir kommt von einer anderen Gemeinde, die wollte einen Dienst vorstellen. Er sagt, Gernot, ich möchte den Dienst vorstellen, aber du musst mir versprechen, dass bei euch am Sonntag niemand umfällt. Dann sage ich, dann bleibst du daheim. Ja, wie? Sag ich, wir richten doch jetzt nicht den Gottesdienst nach dir, ob jemand umfallt oder nicht umfallt. Was sagen wir denn? Ja, ich weiß nicht, was ich tun soll, wenn jemand umfallt. Sag ich, ich mache es mit meinen Kindern, steige einfach drüber. Also, ein pragmatischer Ansatz. Natürlich, bei uns fallen ab und zu Leute um, aber mehr oder weniger, ohne dass sich jemand groß berührt. Ich weiß vor allem, Gottesdienst, da waren wir in anderen Räumlichkeiten und ich habe am Anfang meine Jungs am Arm gehabt und ich war zu Pfingsten, ich habe Anzug und Krawatte, vielleicht liegt es am Anzug und Krawatte, ich habe Anzug und Krawatten angehabt und habe gesagt, komm, heiliger Geist und habe die Augen gezogen und wie ich die Augen aufgemacht habe, sind vor die 7.45 Leute gelegen. Und ich denke mir so, was habe ich jetzt gemacht? Also, die sind einfach umgefallen. Ich gebe Zeugen dazu. Zwei. Zwei. Ich habe mit meinem Sohn. Nein, vielleicht sind drei gestanden. Aber es ist wirklich, fast 80 Prozent der Gemeinde ist umgefallen, einfach so. Ich habe den heiligen Geist eingeladen und ich habe nicht gesagt, Dämonen, irgendetwas, ich habe den heiligen Geist eingeladen. Boom hat es gemacht, es ist entgelegen. Und keiner hat sich aufgefangen. Keiner hat sich verletzt. Und das war für mich so, das war echt, ich bin echt so, was tue ich jetzt? Also, ich war echt so leicht überfordert. Aber ich habe das auch erlebt, dass einer durch die Reihen geht und jeden umschmeißt. Und das mag ich nicht. Also ich denke mir, wenn der heilige Geist wirkt, dann wirkt er ohne Manipulation. Und das ist für mich ganz wichtig. Als Nichtcharismatiker, erlauben wir kurz diese Frage gerne, was ist das Ding in charismatischen Gemeinden mit Umfallen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wenn die Gegenwart Gottes so stark ist, dass manche Leute einfach nicht mehr stehen bleiben können. Und was ich den Leuten sage, wenn ich das jetzt vor kurzem bei einer Frau erlebt, ich habe sie nicht berührt, das ist einfach Umfallen. Und da waren ein paar Gäste da und dann habe ich gesagt, ihr geht halt hin und fragt, was ihr erlebt habt. Wenn sie nichts dazu sagen können, war es fake. Und wenn sie was dazu sagen können, ist sie etwas mit Gott erlebt. Also ich bin recht entspannt. Und ich ermutige die Leute, wenn es so etwas passiert in einer Gemeinde, geh hin und frag. Fragen zu stellen, ist doch absolut erlaubt. Also wenn ich nicht mehr fragen darf, was jemand erlebt, was sichtbar für alle da ist, dann hat nicht ich das Problem, sondern die Person, die es gemacht hat, weil dann ist Manipulation. Und da bin ich schon, da sind wir schon sehr dahinter, dass Leute offen sind, dass sie fragen. Es gibt manchmal auch unangenehme Situationen, ist auch klar, aber in dem Fall kann man immer hingehen und fragen. Ein paar Fragen noch dazu. Wie ist das jetzt so mit, also du hast das auch vorhin gesagt, dem, wo jemand Druck ausübt und so weiter. Wir würden ja beide nicht beschreiten, dass es Leute gibt, die offensichtlich Dinge manipulieren oder nicht sauber oder nicht redlich oder nicht ehrlich dokumentieren, um vielleicht Effekthascherei zu kreieren oder wie auch immer. wo hast du das schon erlebt und wie gehst du mit dem um? Weil ich finde, für mich löst sich da schon immer auch die Frage um, wenn jemand unehrlich ist mit dem Thema Wirken Gottes, also was ich so zentral finde, das war Gott, das war nicht Gott und das war ich und ich weiß, das war ich sozusagen. das wirft einen Riesenschatten für mich auf das Thema Vertrauen zu der Person. Also grundsätzlich, das eine ist schon mal für mich, ich bin nicht dafür zuständig und bin nicht verantwortlich. Das ist für mich ganz wichtig, ich bin nicht für alles zuständig, was im Reich Gottes passiert. Das ist mal so eine. Das andere ist, wir haben das auch erlebt bei uns, dass Leute was manipulieren wollten, aber dann kann ich als Kind nicht das Kind mit dem Bad ausschütten und sagen, da will ich gar nichts mehr. Ich muss damit leben, weil wo Menschen sind, wird es einfach Missbrauch geben, wird es Manipulation, Missbrauch jetzt im geistlichen Sinn, wird es Manipulation geben, wird es Dinge geben, die nicht rund laufen. Das muss ich leben, wenn ich mit Menschen zu tun habe. Das ist ganz normal. Leute wollen sich in den Vordergrund stellen, Leute wollen, dass sie im Mittelpunkt stehen und so weiter. Das haben wir alles, das wissen wir, oder? Ich kann eine Geschichte erzählen. Mein Schwiegerpapa, der ist jetzt schon, der ist jetzt über 80, ist in Pension und er wurde eingeladen zu einer großen christlichen Veranstaltung als Arzt. um zu bezeugen, dass dort Leute geheilt werden, er sollte diese Heilungen bestätigen. Und wir durften da in der ersten, ich sage jetzt nicht, wo es gewesen ist, weil es keine Rolle spielt, aber wir durften in der ersten Reihe sitzen und es war richtig, richtig cool, war ein toller Prediger und so weiter. Und mein Schwiegervater hat dann die ersten Heilungen angeschaut und gesagt, ja, er braucht jetzt ein, zwei Tage mit diesen Personen einen Test machen, um zu sehen, ob das wirklich Heilung ist. Ja, so schnell, dass ich gar nicht schauen kann, sind wir in der dritten Reihe gesessen, weil der wollte jetzt sofort von meinem Schwiegervater eine ärztliche Bestätigung, dass der geheilt ist. Und mein Schwiegervater hat gesagt, das geht nicht da. Das kann ich machen. Ich muss erst einen Test machen, weil, das haben wir tatsächlich erlebt, wenn die Gegenwart Gottes da ist, dass Menschen keine Schmerzen mehr spüren, das hat aber nichts mit Heilung sein, das hat mit dem, dass die Gegenwart Gottes so stark war, dass Menschen schmerzfrei waren und sind rausgegangen und nach der Frage haben die Schmerzen gehabt. Das hat tatsächlich was mit der Gegenwart Gottes zu tun. Und mein Schwiegervater hat gesagt, ich kann das nicht bestätigen und siehe da, sind wir in der dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten reingesessen. Und das finde ich manipulativ, das finde ich nicht fair, das finde ich nicht ehrlich. Es haben sich in der Zeit von der Veranstaltung Menschen bekehrt und da ist zwischen mir und der Person noch viel Luft. Bei mir haben sich in meinem Leben nicht so viel bekehrt als bei dem an dem Wochenende oder in den Veranstaltungen. Also, das ist halt immer mit... Willst du Bekehrung einer Person zurechnen oder willst du es Gott zurechnen? Immer Gott zurechnen. Weil ich verkündige ja die Botschaft. Ich verkündige ja die Botschaft und der ist halt mutig und fordert Leute heraus. Und wenn es von den 100 Leuten nur 40 weit dem Glauben kommen, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt 40 Leute auf die Schnelle in den letzten 20 Jahren zusammenbringe, die sich bei mir bekehrt haben. Das war aber nur noch am Abend. Also, ich denke, da ist... Und da muss man auch ein bisschen auffassen, und das sagt auch für mich, die Bibel, das Gute behaltet. Die war bei der Erweckung... Da war eine Erweckungszeit in Lakeland mit Todd Bentley und der ist dann irgendwie mit einer Frau durchbrennt und alles war plötzlich scheiße. Und ich denke mir so, Moment einmal, ich habe gute Sachen von dem gehört und mit ihm erlebt. Nur weil er jetzt missbaut hat, ist doch nicht alles schlecht. Ich glaube, da sind die Christen einfach richtige Helden, dass wenn er am Boden liegt, wird er noch drauf treten, anderen Nicht-Christen helfen sich nur untereinander. Wenn Christen scheiße waren, wird er noch drauf treten oder sich fehlverhalten, wird er noch drauf treten und wird es schlecht gemacht und alles durch den Kakao zogen und es ist nichts mehr gut. Und ich glaube, dass das nicht richtig ist. Ja, ich würde aber gerne an zwei Punkten nochmal nachhaken. Das eine ist, also wir haben jetzt geredet eben über... Wir haben von Wundergeschichten geredet, dann haben wir gesagt, okay, es gibt Wundergeschichten, die kann man jetzt noch nicht bestätigen, weil da wirkt, die Präsenz Gottes ist da, die Anwesheit Gottes ist da, aber das ist noch keine nachhaltige Veränderung. Aber es gäbe ja noch zwei andere Möglichkeiten. Die eine ist, dass Leute tatsächlich betrügerische Absichten haben. Also dem einen kann man nicht vorstellen, er hat ja einen Arzt gesagt, der wollte, dass er es bestätigen lässt. Das ging halt nicht, damit war er unzufrieden und das war vielleicht ein Fehlverhalten. Aber da gibt es einen Typen, der ist Atheist und Magier und macht so Tricks und der hat zum Beispiel einmal einen Heilungsgottesdienst abgehalten, wo er gesagt hat, es gibt einfach so ganz einfache Tricks, die er quasi beobachtet hat bei so Heilungs-Evangelisten, die man so einfach manipulieren kann, wo er sagt, zum Beispiel, wenn ein Blinder geheilt ist, also es ist ganz, ganz einfach, eine Heilung des Blinden nachzustellen, weil es hat er, der typische Blinde, die meisten Blinden sind sehbehindert, das heißt, sie sind nicht literally blind, sondern sie haben einen sehr, sehr eingeschränkten Gerade, sondern das Folge zeigt quasi, du sitzt in einem riesigen Raum und dann sagt er zu dem, bist du blind? Und dann zeigt er, und dann sieht er das Blinde, dann sagt er, und jetzt folge meiner Hand nach. Und dann geht er der Hand nach, ganz quasi in einem großen Raum, und dann halleluja, der sieht ja, der ist geheilt worden, ich habe gerade für den gebetet, weil der kann ja der Hand nachgehen. Natürlich kann er, weil der Radius von ihm ist vielleicht so kurz, aber der sieht ja trotzdem etwas. Oder eben, dann hat er auch dieses Ganze mit den Beinen nachgeführt, also das ist ganz oft halt Kameraperspektive, wo offensichtlich jemand die Kamera von da nach da führt und dann wirkt das so. Das heißt nicht, dass es nicht genuene Wunder, sowohl Blindenheilungen genuinen gibt, als auch Beinverlängerungen genuinen geben kann. Wo ich mir denke, das kann es ja auch geben. Also wie gehe ich mit jemandem um, der quasi offensichtlich sich daran bereichert, falsche Geschichten zu erzählen? Da gibt es ja jetzt nicht so, also wie gehe ich mit dem um? Und ja, das ist eine, ich habe noch ein zweites, eine man da auch noch. Also ich habe grundsätzlich, ich kenne jetzt persönlich niemanden. Ich kenne nur Geschichten von Geschichten, dass Leute Geschichten gehört haben. Also ich muss jetzt echt sagen, ich kann das nicht, ich kann das auch nicht nachempfinden, dass jemand sowas macht, ganz ehrlich nicht. Ich auch nicht, ich finde es auch komplett weird, dass ich ein Gott gehabt habe. Warum muss ich das manipulieren? Aber wie gesagt, ich merke das schon, wenn du für etwas eingeladen wirst, hast du den Druck, dass etwas passieren muss, weil sonst bist du ja der Loser. Und da gibt es eine nette Geschichte von John Wimber. John Wimber ist übrigens der Gründer von der Vinyard-Bewegung, ist vor einigen Jahren gestorben. Und da gibt es eine ganz nette Geschichte, wenn es sich nicht so zugetragen haben sollte, aber die Geschichte finde ich trotzdem irgendwie cool. Es waren zwei Heilungsveranstaltungen gewesen, oder es waren mehrere, es war irgendwie ein paar Tage, war es mit John Wimber. Und am Donnerstagabend sind alle Leute geheilt worden. Alle, die zum John, die vorgegangen sind, also nicht nur durch den John, sondern durch andere Menschen, die gebetet haben, hat Jesus wirklich alle geheilt, durch den Heiligen Geist, wie auch immer. Am nächsten Tag ist niemand geheilt worden. Und einer von den Mitarbeiter geht zum John und sagt, was haben wir heute falsch gemacht? Und der John sagt, du verstehst es nicht. Was verstehe ich nicht? Ich war gestern nicht der Held, ich bin heute nicht der Loser. Und ich glaube, das ist das Problem. Wir müssen, wenn wir Erfolg haben, das Gott zuerschreiben, und wenn wir misserfallen, müssen wir es Gott zuerschreiben. Und wenn wir das zu persönlich nehmen, dann kommt der Druck, dass du anfängst, manipulieren. Und den Druck will ich nie haben in meinem Leben. Ich habe mir das echt überlegt, ich bin eben angefragt worden, über Heilung zu predigen in einer Gemeinde, und habe gesagt, will ich mir das echt antagen, weil die Leute erwarten ja was. Von wem erwarten sie es? Natürlich, ich glaube, ich gehe davon aus, dass Gott mich verwenden will, um dort etwas freizusetzen, weil wir in dem Bereich Erfahrung haben, deswegen haben sie mich ja gefragt, weil wir das ja praktizieren. Aber ich kann es nicht ändern, wenn nichts passiert. Das ist immer das Spannende. Wie gehe ich damit um, dass ich mir selber Druck aufbaue, ich muss etwas produzieren, aber Gott muss es machen, ich kann es ja eh nicht machen. Und wenn sie mich dann auch nicht mehr einladen, laden sie mich nicht mehr ein. Ich weiß, dass Gott heilen will, ich weiß, dass Gott etwas freisetzen will, aber ich kann es nicht erzwingen. Und ich glaube, dass wenn du den Druck hast, etwas machen zu müssen, von vorne bist du ausgeliefert und du vielleicht meinst es auch gar nicht best, du willst ja Gott verherrlichen mit dem, aber ich glaube, dass wenn Betrug passiert, also wie gesagt, ich kenne auch niemanden, ich kenne immer nur Geschichten von Leuten, die Geschichten kennen. Ich habe das schon einmal gehört und ich glaube das auch, das ist schon, ich meine, es gibt ja die Geschichten, wo da eine über Facebook war das, da über seine Mitarbeiter, über Facebook war es, über Leute recherchiert aus der Gemeinde und er hat dann so getan, wie wenn er das gewesen wäre. Da gibt es eben, glaube ich, gibt es von Marius Bühlmann, von der Vignette Bern, der hat einmal mit dem Andreas Demegler, glaube ich, die haben da was gemacht über Manipulation in Gemeinden und die haben das irgendwie, so einmal erlebt er und haben das nachher, haben den auch zur Rede gestellt bei einer Konferenz, also es war schon, es gibt schon möglich, aber ich selber tatsächlich, mir haben auch schon von Leuten gehört, die Geschichten angefangen zu erzählen haben und am dritten Tag hat er schon Tote auferweckt und es nie was, also die lieren dann einfach auf dich, aber ich weiß nicht, warum die Leute das machen, ich weiß es wirklich nicht. Voll, also das ist genau voll, finde ich wichtig. Wir haben, ich möchte für die letzten fünf Minuten nochmal einen riesen Fass aufmachen, Gernot, weil es gibt ja noch eine dritte Möglichkeit, also es gibt die Möglichkeit, also es gibt vier Möglichkeiten, Gott hat genuin geheilt, das haben wir bereits gehabt, dann haben wir die Möglichkeit, es ist ein kurzfristiger Effekt der Präsenz Gottes, aber es ist nicht eine Heilung, sondern es ist einfach, da lebt jemand etwas, mit Gott, dann gibt es die dritte Möglichkeit, das ist ein Fake, und die vierte Möglichkeit, und die ist jetzt schon, finde ich herausfordernd, ist ja, es gibt ja auch Heilungen in anderen Religionen, oder es kann ja theoretisch, als christlicher Theologe gesprochen, das haben wir ja im Neuen Testament, haben wir ja Geschichten von Dämonen, die heilen, und du hast ja diese sehr entspannten Zungen, die ich super, und den Pragmatischen, die ich super entspannend finde, weil du sagst, manchmal macht das, manchmal macht das nicht, aber die Existenz von Heilungsgeschichten im Neuen Testament durch Dämonen, sagt er, das war noch das Wort Unterscheidungsgabe, gebracht, dass das ja auch wichtig ist, wie gehst du mit dieser vierten Möglichkeit um? Haben wir jetzt, ganz witzigerweise, haben wir auch erlebt in unserer Gemeinde, wenn man einen jungen Mann, der sich vor kurzem bekehrt hat, und der hat dieses FITIK-Syndrom, das ist, das ist diese, dieses, dieses Ermüdungserscheinung, ich kenne mich da zu wenig aus, auf jeden Fall, der ist jetzt drei Jahre lang im Bett gelegen, also ziemlich lang, also ein junger Mann, schaut wirklich gut beieinander, so ein großer, aber der kann sich kaum konzentrieren, und der ist vor ein paar Monaten zu Geistheilern gegangen und hat Verbesserung gespürt. Und dann ist es irgendwie wieder schlechter geworden und dann ist er, wenn ich mich jetzt richtig, sind auch noch Depressionen dazugekommen. Also wenn dämonische Mächte im Spiel sind, wenn wir glauben, dass es dämonische Mächte gibt, dann hat das natürlich auf Dauer keine positive Auswirkungen, es kann kurzfristig was passieren, aber langfristig kommt dann noch was anderes dazu. Und das haben wir schon erlebt, dass also Heilung allein nur fürs Christentum beanspruchen, wäre dumm, meiner Meinung nach. Wir wissen es auch aus dem Buddhismus, aus anderen Religionen, dass das passiert. Aber die Frage ist immer, was ist die langfristige Auswirkung von dem Ganzen? Und was wir schon mitgekriegt haben, ist, dass von anderen Religionen danach sehr viele Leute mit Depressionen zu kämpfen haben, mit Selbstmordgedanken, mit anderen Schwierigkeiten, und die Krankheit kommt wieder zurück. Also das haben wir schon erlebt. Aber gibt es das nicht im Christentum auch? Also gibt es ja auch Leute, die scheinbar geheilt werden und dann vom Glauben abfallen und... Ja, aber das ist vom Glauben abfallen. Oder anderes Schwagesam. Ja, aber das ist ja eine persönliche Entscheidung. Ich denke, ich kann mir niemanden abnehmen. Ich meine, wir haben das tatsächlich erlebt, dass Leute geheilt worden sind und dann sich vom Glauben eigentlich verabschiedet haben. Ja, jetzt bin ich nicht dafür zuständig. Ich weiß nicht, ob die Krankheiten zurückkommen sind. Das war es jetzt auch nicht. Ich weiß nur, wir haben einen Elternherrn bei uns, der ist Anwalt, ist jetzt in Pension, der hat Gürtelrose gehabt und er ist am Sonntag nach Vorgangen zur Heilung, eine junge Frau hat für ihn gebetet, er wurde instant geheilt von Schmerzen und am Dienstag sind die Schmerzen zurückgekommen. So eine Frau sagt zu ihm, die ist auch gläubig, du musst am Glauben festhalten. Und er betet und die Schmerzen sind seitdem weg, das ist jetzt im Jänner und er hat bis heute keine Schmerzen mehr gehabt. Also wir wissen schon, dass Schmerzen zurückkommen können, aber man sollte dann im Glauben festhalten, dass wirklich Gott geheilt hat. Aber wie gesagt, mit anderen Sachen, da kenne ich mich dann tatsächlich nicht ganz so gut aus. Ich weiß nur, bei dem jungen Mann ist das irgendwie schiefgegangen, weil seit, wie gesagt, ich war bei Geisterheil und jetzt sind Depressionen daherkommen. Also das habe ich jetzt bei Christen noch nie erlebt. Danke dir gerne, das war super, super spannend mit dir. Ich hätte noch viele, viele weitere Fragen, ich habe immer brav Notizen gemacht währenddessen. Ich hätte noch viele Geschichten zum Erzählen. Müsstest du noch Geschichten erzählen? Nein, nein. Heute Märchenstunde zu Ende. Mit Onkel gern hat. Oder Opa gern hat. Nein, sie basteln nicht mit. abgesehen davon, danke dir gerne, das hat mich echt gefallen. Ich hoffe, ihr habt es Freude gehabt beim Zuhören. Wie gesagt, viele, ich fand viele, viele spannende Gedankeneinregungen. Wenn ihr Fragen, Gedanken dazu habt, schreibt es uns in die Kommentare, schreibt es uns eine E-Mail an profundo mit campusaustria.at Ich leite es auch gerne dem Gernot weiter und ansonsten bleibt mir nicht viel mehr so ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke. Bis zum nächsten Mal.